Ja, damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video nach den Prüfungen. Ja, mittlerweile ist ein Livestream vergangen, seitdem ich hier euch die Map das letzte Mal gezeigt habe. Ich habe auch ein bisschen privat weitergespielt. In der Zeit, wo ich einfach abends keinen Bock mehr hatte zu lernen, habe ich mich hingehockt und habe ein bisschen weitergebaut. Und so sieht mittlerweile das Stadtzentrum aus. Wir haben hier oben ein bisschen erweitert im letzten Livestream. Ich habe mich hier ewig lang rumgeärgert mit dieser Brücke, wer dabei ist. Was ist dazu gekommen? Ja, hier nicht wundern, ich musste hier den Bahnhof abbauen. Einfach aus dem Grund, weil das ja ein selbst umgebauter ADV ist. Also von ISO-S. Und der funktioniert nur in einer bestimmten Reihenfolge. Und wenn ich meinen Mod reinlade, funktioniert der Hauptmod nicht mehr. Aber den Hauptmod werde ich hier noch des Öfteren brauchen. Deshalb lasse ich hier die zwei Bahnsteige oder die zwei Gleise so lang weg, bis ich komplett fertig bin. Und dann wird hier einfach der Bahnhof wieder reingepflanzt. So, hier werdet ihr in den nächsten Videos in Timelapse sehen, wie hier ein Betriebswerk entsteht. Ich möchte auch gerne hier die komplette Fläche, ja, so sagt man mal, bis zur Straße und hier komplett diese Kugel, sag ich mal, ausnutzen. Für ein, für mich, schönes Betriebswerk. Ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt. Das werdet ihr dann, wie gesagt, in den nächsten Videos sehen, weil, ich sag mal, das Betriebswerk dauert mindestens ein paar Stunden. Und ich möchte euch auf jeden Fall da mitnehmen, damit ihr mal seht, wie ich so meine Betriebswerke baue, falls es euch interessiert. Und, ja, was ist dazu gekommen? Dazu gekommen ist einmal hier, wie gesagt, diese Stadterweiterung Richtung Pizzabrücke mit einem, ja, mit einem schönen Busbahnhof, wo ich lange, lange Probleme hatte, hier diese zwei Brücken hier drüber zu ziehen. Äh, wo ich extra gesagt habe, ich möchte zwei Brücken. Einerseits ist es hier die Autobahn und diese Stadtstraße, die sollen selbstverständlich privat oder nicht, äh, also jede Straße für sich soll so verlaufen. Deshalb wollte ich da zwei Brücken. Sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Einerseits hier diese, ja, diese, diese Hängebrücke, sag ich mal, und dann noch eine stinknormale nebendran. Ähm, hier dieses Bus-Terminal gefällt mir auch sehr, sehr schön. Und wir haben dann hier, wie gesagt, diese Stadterweiterung. Da werde ich dann die nächsten Tage noch Häuser platzieren. So. Was kam dann noch dazu? Ich habe hier in unserem Bahnhof West die Glaskuppel voll, vollendet. Und hier in der Mitte muss ich mir noch was überlegen, was ich da denn rein, was ich da denn rein, äh, pflanze. Ob ich hier irgendwie wieder so ein X reinmache oder ich, da lasse ich mir noch was einfallen. Dann habe ich hier eine kleine Baustelle aufgebaut. Ähm, ja, einfach weil ich, äh, Baustellen mag. Vielleicht liegt noch ein bisschen viel rum, das muss ich dann gucken. Und, äh, damit wir auch Verkehr auf diesem Parkplatz bekommen, da werde ich nachher einfach ein paar LKW-Linien durchführen lassen. Und, äh, dann sieht es auch etwas anders aus, wenn man hier durch den Bahnhof durchfährt. Und man sieht, ah, okay, hier oben steht ein Kran. Also, da, da dachte ich mir dann schon, okay. Weil einfach nur so, so lasch hier einen Parkplatz hinsetzen. Ja gut, aber, äh, wie gesagt, ich mag, ähm, Baustellen sehr gerne. Und deshalb habe ich mich hier entschlossen, einfach an dem Hauptbahnhof West eine kleine Baustelle zu eröffnen. Ja, hier unten kam leider noch nichts. Da wird dann auch die nächsten Folgen, ähm, ja, ein Timelapse kommen. Oder auch im Livestream, das, äh, das weiß ich leider noch nicht. Aber da, lasst euch einfach mal überraschen. So, hier habe ich einen zusätzlichen Abzweig für die Güter gemacht. Denn, äh, wir haben hier unten am Hauptbahnhof West, äh, in jede Fahrtrichtung jeweils ein Durchfahrgleis. Wo, äh, das ich eigentlich für den Güterverkehr geplant hatte. Und dann ist mir irgendwann mal später eingefallen, ah, Moment. Und, äh, diese Gleise sind gar nicht an den Güterverkehr angeschlossen. Deshalb habe ich mir jetzt irgendeine Stelle herausgesucht. Und das war hier vor diesem Bahnhof, äh, so schön passend. Ja, mit einem schönen eingleisigen Abschnitt, äh, auf einem, auf einem Damm. Da bin ich nämlich dem Letzten in, äh, Korntal rumgefahren. Da ist nämlich auch eine eingleisige Güterstrecke. Und das hat mich inspiriert und habe dann auch diese Strecke hier ausgewählt. Dann haben wir hier einen kleinen Bahnhof. Äh, der Sinn dahinter ist, ich möchte gerne von hier eine kleine, äh, Regionalbahnstrecke starten. Ja, und, äh, die führt dann hier hinten auf unser Hauptgleis und führt dann irgendwie weiter nach oben. Äh, so ist zumindest mal der Plan. So, was man jetzt nicht sieht, ist die Güterumfahrung. Da müsste ich einmal hier kurz das Baumenü öffnen. Ja, hier seht ihr einmal hier die Nordumfahrung von Kartoffelhausen. Kartoffelhausen, ähm, hier die Anbindung an das Industriegleis, wo wir dann später auch unsere rollende Landstraße und, und ähnliches, äh, anschließen werden. Und wir haben auch eine Verbindung hier unten zu unserem, äh, zu unserem Güterbahnhof von Kartoffelhausen. Hier werden später die ganzen Güter angeliefert, die die Stadt so braucht. Und, ähm, ja, ich hab's ein bisschen ausgeschmückt hier rund um den Bahnhof. Hier haben wir Gewerbe. Dann beginnt's hier oben schon wieder mit Wohnhäusern. Ähm, ich hab mir jetzt auch extra vorgenommen, nicht in so einem, also nicht zu dicht zu bauen, sag ich mal, wie hier. So viele, ähm, Häuserreihen, sondern einfach mal einzelne Häuser mit viel Platz. Denn wir kommen jetzt eher von dem Innenstadtkern raus, wo die, ähm, wo die Grundstücke natürlich auch etwas größer werden. Wo die Häuser dann so langsam kleiner werden, also nicht mehr so riesige Hochhäuser stehen über mehrere Stöcke. Sondern einfach, ich sag jetzt einfach mal kleinere, ja, das sind immer noch kleinere Hochhäuser, sag ich mal. Und das Ganze soll dann hier hinten mal in Einzelhäuser, also einfach in, 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 ja, in einfache Wohnhäuser enden. Hier hinten hab ich mir schon überlegt, ob ich hier irgendwie so ein, so ein reichen Viertel, sag ich mal, anlege. Das heißt, viel Grundstück, ein bisschen größere Häuser. Ähm, da muss ich aber dann mal gucken, was, äh, Transportfieber, Transportfieber mir für Möglichkeiten gibt bei den Gebäuden. Aber so in etwa hab ich's mir mal gedacht. Hier in die Richtung wird's erstmal nicht weitergehen, äh, denn ich expandiere grad eher in diese Richtung. Und, äh, ich denk mal, wenn wir hier den Bereich Kartoffelhausen-West irgendwie, ähm, ja, mal verschönert haben. Wir haben hier noch einen, äh, Güterbahnhof, das wir, den wir versorgen müssen. Ähm, ich denk mal, wenn wir dann irgendwann hier hinten an der, an der Schiene angekommen sind und dieses Viertel hier bebaut haben, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch mal in diese Richtung hier weitergeht, als auch hier oben Richtung Flughafen. Denn, äh, wir dürfen das natürlich nicht vernachlässigen. Äh, es wird selbstverständlich ein Megaprojekt, wie ja der Name schon sagt. Äh, aber ich freu mich da auf jeden Fall immer für Vorschläge. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder des Weiteren könnt ihr die auch gerne äußern. Aber das war wieder mal eine kleine Übersicht von dem aktuellen Stand der Mega-City-Map. Und ich würd mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.